Herzlich Willkommen zum sechsten Event Video. Diesmal haben wir ein Paket von Logic 3 bekommen. Und das werden wir jetzt erstmal auspacken. Das ist übrigens Dark Blood diesmal mit dabei. Wir waren gerade bei der Post und haben das ganze mal abgeholt. Wir hatten eigentlich ein Paket von Yomoi erwartet, aber es war diese Firma und Yomoi wird noch kommen. Das heißt es wird doch wohl sieben Event Videos geben und das gucken wir uns erstmal Logic 3 an. Wir wissen selber nicht was es ist. Wir sind schon gespannt. Logic 3 hat uns das nicht gesagt. Ja, holen wir das ganze mal raus. Das ist einmal ein Wireless Nunchuck Adapter Pro. Also beides für die Wii. Und ein Charge Dock for Use with Wii. Also beide für die Nintendo Wii. Ja, ok. Dieses Produkt hier ist ein Wireless Nunchuck Adapter Pro. Das ist einfach ein kabelloser Nunchuck für die Wii. Ihr habt also kein Kabelgewurzel. Und das Teil kostet im Ganzen 20 Euro. Das hier ist ein Charge Dock. Das heißt hier könnt ihr euren, ähm, ich weiß jetzt nicht, wir haben keine Wii. Die, ähm, dieses, die Fernbedienung dazu reinstecken und die wird dann geladen. Das Ganze ist kabellos. Das heißt ihr könnt einfach nur Batterien rein tun, dann wird das so geladen. Könnt das da über Nacht reinstellen, dann wird das Ganze geladen und hat ebenfalls einen Wert von 20 Euro. Wir sagen Danke und das war's mit unserem sechsten Video. Das siebte Folgt noch mit dem Youmoi Spy Pen mit einer versteckten Kamera im Wert von 50 Euro. Dazu noch Gutschein im Wert von 140 Euro. Das Ganze kommt, denken wir, Ende dieser Woche oder Anfang nächster. Tschö!